Ganz still, im Universum riesengroß, unendlich weit und grenzenlos. Warte, wann kommt dein nächster Brief zu mir? Wo bist du und wie geht es dir? Von Planet zu Planet, wohin die Reise geht? Kleiner Prinz mit Fantasie, rettest du die Galaxie. Kleiner Prinz, du bist fern, fliegst mit Fuchs von Stern zu Stern. Und du weißt, was man auch tut, nur mit dem Herzen sieht man gut. Also, können wir jetzt gehen? Bist du soweit? Ja, Zeit ist Geld und bald geht die Sonne auf, dann wird die Hitze unerträglich. Salz und Sonne, was war das denn? Warum siehst du nicht nach, was das eben für ein Licht war? Dir muss ich es doch nicht erklären. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und denk daran, deine Ware mitzunehmen, man weiß nie. Schönen guten Abend. Und? Auf was für einem Planeten bin ich denn hier gelandet? Na, Fuchs? Schmeckt's? So ein kleines Stück Käse ist nie schlecht. Noch besser wäre es allerdings mit ein bisschen Salz. Typisch, Fuchs. Er kann einfach nicht anders, als immer zu meckern. Was? Meckern? Ich? Muss ich mir das gefallen lassen? Sag doch mal was, kleiner Prinz. Stimmt schon, du beschwerst dich gerne. Aber du weißt ja, auch dafür lieben wir dich. Ah, alles klar, versteh schon. Ihr habt euch gegen mich verbündet. Da gönne ich mir doch lieber ein Mittagsschläfchen, als mir weiter solche Unverschämtheiten anzuhören. Eine Flaschenpost. Na super. Adieu, Mittagsschlaf. Guten Morgen, liebe Sorgen. Siehst du, du meckerst schon wieder. Nein, meine Liebe, ich meckere nicht. Ich weise nur ganz sachlich auf die Tatsache hin, dass man hier nicht in Ruhe schlafen kann. Salz! Leider ein bisschen spät. Lieber kleiner Prinz, wir brauchen dich. Bitte komm ganz schnell. Die Sonne geht bald auf über B723. Und dann ist alles zu spät. Unterschrift Kidam. Das ist der Planet mit der großen brennenden Wüste, oder? Oh, da werde ich mich in meinem Pelz vor Hitze dumm und dusselig schwitzen. Was? Was denn? Was habe ich denn jetzt wieder gesagt? Also ich meckere nicht, aber wenn es auf B723 mal einen Hinweis auf den Planeten der Rosen gab, ist er bestimmt schon längst verbrutzelt. Seid bitte vorsichtig und kommt vor allem schnell zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben ein paar modellen, kommen die Zeit schon wieder zurück. Das war's für mich, wenn es auf B723 mal durchgezogen. purem B723 mal durch eine Kfz? Wir haben einfach nicht mehr auf B723 mal vorhandel. Vielen Dank.